Das Leben besteht aus einer Vielzahl von Verbindungen. Diese Verbindungen sind Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Vom Telefonat mit den Großeltern bis hin zum Videogespräch mit Freunden im Ausland verbindet die Brenner.com AG seit 13 Jahren Menschen mit Menschen und schafft so die Basis für ein solidarisches Miteinander. Gemeinsamkeit erleben. Mit einem Geschäftsgebiet von Mailand bis München, 32,1 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2013, 40 Millionen Umsatz auf Gruppenebene und 120 Mitarbeitern, 180 in der Gruppe, nutzt die Brenner.com AG eine der fortschrittlichsten Datacenter-Infrastrukturen mit Serverfarmen in Bozen, Trient und Innsbruck. Diese Standorte teilen ihre Daten über virtuelle Plattformen. NTS und EMC liefern für diese innovative, flexible und zugleich kritische Struktur das nötige Know-how und Equipment, um eine langfristig niedrige Latenz und ein hohes Datentransfervolumen bei maximaler Datensicherheit für die Hauptgeschäftsfelder Small & Medium Business zu gewährleisten. Besonders wichtig ist hierbei die hohe Flexibilität von NTS und EMC, da die maßgeschneiderten Cloud Computing Services, welche für die Kunden der Brenner.com AG entwickelt werden, einen reibungslosen Projektablauf voraussetzen. Um die Verbindungen der Kunden der Brenner.com AG unterbrechungsfrei und sicher halten zu können, ist permanente Weiterentwicklung und viel Liebe zum Detail nötig. Mit NTS und EMC hat sich die Brenner.com AG für Partner entschieden, für die der damit verbundene Qualitätsanspruch von zentraler Bedeutung ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017